Ine Kropp ist uns zugeschaltet, Professorin für Politik an der FU in Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Sagen Sie, das Timing ist ja ein bisschen verdächtig. Nun, da die SPD kaum Mehrheitsoptionen hat, scheint man bereit, das Tabu eines Bündnisses mit der Linken im Bund zu brechen. Ist das nun die schlecht getimte Überzeugungstat oder einfach Taktik? Ich würde sagen, es ist zum einen eine Notwendigkeit, über neue Bündnisoptionen nachzudenken. Denn wenn man die derzeitigen Umfragewerte zugrunde legt, dann hat die SPD schlechterdings keine anderen Alternativen mehr, als über neue Optionen innerhalb des linken oder Mitte-Links-Lagers nachzudenken. Und dafür kommt im Augenblick eigentlich nur Rot-Rot-Grün in Frage. Eine große Koalition wäre, ist ja schon lange keine große Koalition mehr. Sie hätte aber einfach auch keine Mehrheit. Der andere Grund, der dahinter stehen mag, ist der, dass man versucht, sich wieder stärker auf sozialdemokratische Wurzeln zu besinnen und stärker linke Positionen, Arbeitnehmerpositionen in den Vordergrund zu schieben. Allerdings muss man hinzusagen, dass eine der zentralen Baustellen, nämlich die Außenpolitik oder internationale Politik, mit der Linkspartei bisher ja nicht denkbar war. Und man mit dieser Aussage davon ausgeht, dass die Linkspartei vielleicht bereit wäre, sich in dieser Frage zu bewegen. Das ist ja der Knackpunkt, nicht wahr? Die Bündnisfrage, die NATO. Da machen die Linken nicht so mit, wie die SPD sich das bisher vorgestellt hat. Nein, also die Ablehnung der NATO gehört gleichermaßen zur DNA der Linkspartei. Und selbst wenn die Parteieliten willens und in der Lage wären, hier einen Schwenk zugunsten einer Koalition zu vollziehen, so wären doch die Mitglieder damit mit Sicherheit relativ unzufrieden. Und auch eine grüne Partei hat sich ja deutlich zum Bündnis bekannt. Also man kann davon ausgehen, dass die Linkspartei mit diesem Angebot auch in gewisser Weise ein Vergiftetes erhalten hat. Denn sie müsste ihre Frage zur Außenpolitik mit den Mitgliedern und auch innerhalb der Führungselite klären. Ganz kurz, können Sie sich vorstellen, eine Parteienlandschaft in Deutschland ohne die SPD? Nun, die SPD hat ja historisch gesehen eine Leistung vollbracht. Sie hat die linksliberalen Bildungsbürgerschichten versöhnt mit der Arbeitnehmerschaft und insofern einen wichtigen gesellschaftlichen Konsens mitgetragen. Wenn dieser verloren ginge, ginge sicherlich auch ein wesentliches konsensbildendes Element unserer Demokratie verloren, das nicht einfach zu kompensieren wäre. Insofern, man muss es sich vielleicht irgendwann mal vorstellen, dass die SPD im einstelligen Bereich landet. Aber es wäre tatsächlich ein Verlust. Einschätzungen von Professorin Sabine Kropp von der FU Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne.